So, dann bin ich doch wieder! Der Master wollte nur mal eben was zu trinken, der Darkie. Und ich fang mal wieder hier an. WIE! WIE! PUMP! So und so. Boing... Knacks! Boing! So! Ah! Ich sitze auf meinen... Ah! So. Hier ist einfach zu viel. Und so wenig Platz! Ah! So! Da hätte... Ja brauche ich nicht. Na gut. Nehmen wir wieder auf? Ja ne? Ja wir nehmen schon wieder auf. Nein! Na super! Super! Du siehst du immer an der roten Zahl auch hinten. Deswegen habe ich die Flaps-Zahl eigentlich auch ganz gerne da drin. Bin schon zweimal ja verreckt bei deinem Gegner. Zweimal? Jo! Einmal zum Game-Over gehen und einmal eben gerade. Ach so! Von immer auf die gleiche Weise! Was ist das? Ja! Der Blatrix schafft es! Yeah! Hä? Was ist... Da brauche ich gar nicht... Hab ich keinen Sound und kein Mikro! Ach so! Wozu? Aber eben ging... Aber eben ging... Aber eben ging das doch! Nein! Nicht? Was meinst du? Ah! Da hast du mir was Schönes beschert wieder! Danke, Blatrix! Wieso? Das nächste Pizzaaus war sowieso deins! Das nächste was jetzt kommt... Das ist meins! Wenn du das anrührst, bist du dort! Das nächste... Wo ist denn noch ein Pilzer? Da um! Da komm ich doch gar nicht hin! Da komm ich doch gar nicht hin! Dann wollen wir mal den! Feigling! Geht viel schneller! Juhu! Irgendwie muss man die ja auch mal aufbauen! So... Kannst weitermachen! Wenn du denn da nämlich guckst... Da kommst du so ran sogar! Da oben braucht man irgendwie... Zum Weckarten nochmal! Ein Hammer! Ja, ne! Es würde dir auch nichts bringen! Doch! Da oben sind Sachen! Nein! Doch! Hab ich in anderen Let's Play schon gesehen! Ja! Ja! Ich hab mich gecheatet! Ich hab mich gecheatet! Ich hab mich gar nicht an unseren Let's Play noch angekommen! Also, wenn man hier mehr leitet auf der Welt.. Denn meier nur mitwaschbär... Die schacht energetisch? Wieso bin ich da gestorben? Ach, ist ja egal. Das ist Scheibenkloster egal. Ja, kommst du auf der anderen Seite da unten raus. Bringt ja nichts. Das bringt dir ungefähr genauso viel wie ein Mongo. Wie ein Keks. Bist du auch ein Mongo? Nee. Haben sie auch ein Mongo-Gefühl? Macht nichts, wir auch. Yeah. Yeah, I'm not getting money. Ich bin Bergsteiger Mario. Nein! Siehst du nicht ungefähr, was ich geschafft habe? Und was du geschafft hast? Ich hab da auch was geschafft. Die Pilzer ist... Das ist eine Pilzer aus, sagen wir mal. Und den Hammerbruder hab ich da auch gemacht. Ja, weil du da auch gecheatet hast. Ich hab nicht gecheatet. Ich hab nur... Unverwundbarkeit gehabt. Scheibenkleister. Gibst du, du willst auch mal gehen? Wo war gehen? Bist du wahnsinnig? Was? War nur Spaß. Didi-di-di-di-di-di-di. Didi-di-di-di-di. Uhhh. Uah. Ich... Ich mag die nicht. Ich mag... kein... Feuermonster. FEUER!!! Die verbrennen meinen Arsch. Und gleich sterbe ich an dem blöden Kackstein. Hüpf mal weg. Nein! Aber war anders gestorben. Der hat mich eingeklemmt. Der wollte mit Mario kuscheln gehen. Oh, er wollte kuscheln. Kuscheln weiß! Speedrun! Pass auf, da oben ist der Stein. Be! Points! Woher kommt der denn? Ich weiß es nicht. Pass auf, wenn du da rauf springst, dann fliegt dir die Schillie um die Ohren. Und point. Lass die Schillie es bloß noch nicht raus, ey. Du bist nicht groß. Du bist nicht groß. Du Trommel. Du Trommel. Du Trommel. Und die Schillie um die Schillie. Du Trottel, du bist sogar mit dem Stirn gestorben. Ja, aber gegen Löcher bin ich ja nicht mit Verwunden. Ich bin zu gut für das Spiel. Äh, was? Ja. Nein, ähm, ich glaube, wir versagen bei dem Spiel. Ich bin schon gleich wieder Game Over, weil ich nochmal sterbe. Du weißt aber schon, du bist der Einzige von uns, der bis jetzt Dings benutzt hat, ne? Die Items. Äh, ja, und? Natürlich ein bisschen peinlich. Ich hab ja nicht wirklich was da damit noch. Na ja, okay, eine Feuerblume und ein Pils. Und ein Stern. Ja, und dem... Oh, wofür soll man den ganzer wecken? Äh, aufbewahren für später. Ist doch viel zu schade. Äh, also ich würde die zu den letzten Levels benutzen. Hey. Wo geht ihr denn hin? Ins Nirvana. Dang, in your face. Ah, da fangen wir. Nein. Ich wollte da auf den Special Level. Egal. Dann nehme ich das Pils raus. Da unten. Der Hammerbruder kommt ja nicht wieder. Zum Glück. Ja, hol dir ein Blatt und flieg das Level durch. Oder so. Schieß alles weg. Genau. Um mal die Rohren zu zeigen. Ja. Die kleine Abkürzung. So, damit ich den Raum mal verwende. Ich hab kein Bock mehr auf das Level. Ja, schieß alles weg. Ich glaube aber nicht, dass du das Feuer mit Feuer bekommst. Doch, es geht. So viel zu dem Thema. Wie kriegt man hier den Tod? Nur mit Unverwundbarkeit? Ne, das ist wahrscheinlich auch mit dem Hammer. Oh, hier ist ja alles Unverwundbar gegen Feuer. Ist so Wüste, Wüste, Hitze, ist gleich so unempfindlich gegen Feuer. Da hilft nur noch hier Blättchen. Ja, spring hoch. Genau, da wollte ich eben hin. Aber da bin ich eben verreckt. Aber du. So. Hallo. So viel zum Special. Okay. Jetzt so viel zum Springen. Endlich das blöde Level geschafft, ey. Noch nicht ganz. Aber so gut wie. Ich kann das Level nicht mehr sehen. Macht mich schon krank. Endlich. Kein Bock mehr auf das Level gehabt. Ja, jetzt kommt aber doch wieder was Beschüssens zu verneinen. Alter, wo ist das? Du meinst der Treibsand. Ja, das Treibsand-Level. Ist glaube ich das auch mit der Sonne? Ne, das war glaube ich die Pyramide mit der Sonne. Meinst du? Ich dachte, das wäre das Treibsand-Level gewesen. Nee. Dafür zu D-Thema. Egal. Lass mich hier aus dem Treibsand. Na, musst du drüberspringen. Und jetzt? Ah, der geht gleich weg. Ja, du hättest vorher springen sollen. Ich muss immer springen, Orbi. Ja. Aha. Ah. Die Sonne ist sauer auf mich. Kann man die töten? Weiß ich gar nicht. Ja. Ich wollte dich auch mal was machen lassen. Ja, nein. Ich habe bis jetzt nur alle Level-Wings gemacht. Ja, es ist alles mit Nell. Gleich kommt der Stuhl. Scheißand drauf. An dem bin ich eben verreckt. Dafür habe ich den Pünz. Dass du mit dir sicher, dass du nicht an dem Fall bist. Ich bin irgendwo von... Ja, du hast gleich geschafft. Weg mit der blöden Sonne. Mit Anheb. Obwohl das eigentlich mein beschissenstes Level ist. Dein Lieblings-Level. Ach, erzähl ich solche Lügen. Ach nee, das war ein Trick hier von mir. Ich weiß ja. Hahaha. 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 So lange das nicht rechtmäßig meins ist, ist es mir vollkommen egal. Jaa, eine Feuerblume wieder. Ich hatte ja nichts mehr im Petto. Welches Level nehme ich denn? Die 4 oder die 5? Das ist so von Schildo. Ich glaube, ich habe die 4. Ich mache euch die 5. Du brauchst die 5 nicht machen. Du kannst die Pyramide machen. Wow, so. Weggeglitcht. Ja, das ist schön.